Ja moin moin und mettle meine lieben Freunde. Viele fragen ja im Moment, wie es denn nun weitergeht mit Rainer. Ist das Drachengame nun beendet, wenn er seine Kanäle alle gelöscht hat? Ich möchte euch heute mal in meinem kurzen Video erklären, wie ich das halt sehe und was meiner Meinung nach passieren wird in nächster Zeit und auch wie es dann mit meinem Kanal hier weitergeht. Lass uns aber erstmal anfangen. Zuerst muss man ja sagen, dass Rainer nun so ziemlich alle Kanäle gelöscht hat, wo er was verbreiten konnte. Oder er wurde halt gelöscht, so wie es ja bei YouTube der Fall war. Soweit ich weiß, ist er jetzt auch nur noch, was halt Musik angeht, auf Spotify zu finden, weil er da halt noch als verifizierter Künstler ein Profil hat. Zu der Geschichte, ob man Rainer jetzt als Künstler bezeichnen kann, äußere ich mich mal nun nicht, aber diesen Kanal hat er halt theoretisch noch und darüber könnte er noch was ausspielen. Es gibt ja auch seit einiger Zeit auch die Möglichkeit, dort Videos zu streamen, daher ist das theoretisch schon möglich, dass er da noch seinen Stoß ins Internet blasen könnte. Ich glaube auch, das ist für ihn jetzt im Moment so ziemlich die letzte Einnahmequelle, denn durch die paar Lieder, die da abrufbar sind, wird er wahrscheinlich noch die ein oder andere Mark verdienen. Viel kann das natürlich nicht sein, aber so ein bisschen was wird er da wahrscheinlich für kriegen. Okay, und dann mal weiter. Im Moment ist er ja wahrscheinlich nicht mehr unterwegs im Wald oder sonst wo, denn er ist quasi den ganzen Tag jetzt gestern online gewesen und hat gezockt. Ich blende euch mal ein Bild ein, das zeigt dann auch sehr schön, wie sein Tagesablauf im Moment ausschaut. Von den vier getrackten Stunden hat er vier Stunden Forza Horizon 5 gespielt. Das heißt, er ist wahrscheinlich wieder da, wo er vor seinem Spaziergang auch wieder ist oder er ist irgendwo anders. Marion glaube ich persönlich halt nicht, aber ich weiß es halt auch nicht, keine Ahnung. Wo er ist, ist aber auch im Moment ehrlich gesagt ziemlich egal, denn er produziert ja im Moment keine Videos mehr. Daher kam man halt oft die Frage, was mache ich nun bezüglich Rainer, wenn weiter nichts von ihm mehr kommt. Und ich habe das ja schon einmal angesprochen in einem anderen Video, dass wenn Rainer wirklich aufhört, seinen Stoß ins Internet zu stellen, ich ihn dann auch in Ruhe lassen werde. Das Problem jetzt ist natürlich, Rainer hat das ja schon so oft gesagt, dass er aufhört und im Endeffekt kam er natürlich immer wieder. Und jetzt hat er ja noch nicht mal gesagt, dass er endgültig aufhören möchte. Er hat ja sogar angekündigt, dass er halt nur ein paar Wochen erstmal nichts machen möchte und es nichts von ihm zu hören gibt, aber er weiterhin unbesiegt ist. Ich blende euch das auch nochmal ein. Schauen wir mal, wann ich das nächste Video machen kann. Video, YouTube, Streams und TikTok und alles wird vermutlich so schnell nichts mehr werden, weil ich kann mich nirgendwo verstecken. Und es hilft mir auch sonst niemand. Euer Drache. Und wie gesagt, besiegt bin ich erst, wenn ich sterbe. Hier sagt er halt, dass jetzt vorerst nichts mehr kommt, weil er sich nirgendwo verstecken kann. Scheinbar versteckt er sich ja nun wieder irgendwo, denn sonst könnte er nicht den ganzen Tag irgendwo zocken. Meiner Meinung nach, so wie ich dieses Video interpretiere, will Rainer nicht aufhören mit den Videos im Internet. Er kann es im Moment einfach nur nicht, weil er seiner Meinung nach in einer Situation ist, die es halt nicht zulässt. Aber dass er vom Gedankengang her sagt, ich möchte nichts mehr ins Internet stellen, kann ich daraus nicht erkennen. Daher gehe ich halt stark davon aus, dass wenn er wieder die Möglichkeit hat, er auch wieder zurückkommen wird, so wie es halt immer der Fall war. Aber ich will halt auch fair ihm gegenüber bleiben. Zum Beispiel Furchenlurch, Grüße gehen an dieser Stelle auch raus, hat heute Morgen in seinem Video auch gesagt, wenn Rainer eine gewisse Zeit lang halt weg ist, dann wird er mit seinem Kanal halt auch nichts mehr mit Rainer zu tun haben. Und so ist das bei mir halt auch. Ich würde halt sagen, wenn er nun bis Ende September zum Beispiel, also knapp jetzt einen Monat, nichts mehr ins Internet stellt, werde ich auch nicht mehr über Rainer sprechen. Denn dann kann man langsam aber sicher davon ausgehen, dass er seinen Internetauftritt wirklich abgeschlossen hat und er auch nichts mehr machen möchte. Also Rainer, wenn du das hier hörst und am 1. Oktober noch nichts hochgeladen hast, werde ich ab da auch nichts mehr über dich machen. Aber sei dir sicher, sobald du wieder Videos ins Internet stellst, bin ich auch wieder da und werde dich natürlich dann weiterhin beobachten. Ich gehe halt persönlich auch stark davon aus, dass das irgendwann jetzt demnächst auch wieder der Fall sein wird, dass er was machen wird. Mein Rainer Rimworld-Projekt auf meinem Ofi und die Weltkanal werde ich auch erst noch weitermachen. Da gibt es jetzt morgen die neue Folge. Aber auch da wird in Zukunft dann kein Rainer-Content mehr kommen, wenn er das wirklich bis Ende September durchhalten würde und aus dem Internet wegbleibt. Was danach dann hier mit meinem Hauptkanal passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht sprechen wir dann ja mal über die Frau Bachmann. Über die gibt es ja auch eine ziemlich große Menge zu erzählen und das müsste man auch einer möglichst großen Öffentlichkeit präsentieren. Von daher könnte ich mir das schon vorstellen. Aber wir schauen erst mal, wenn das soweit ist. Denn ganz ehrlich, im Moment glaube ich halt noch nicht daran, dass er bis Ende September aus dem Internet wegbleibt und wir nichts mehr von Rainer hören bis dahin. Das heißt also, bis dahin werde ich auf jeden Fall noch weitermachen mit Rainer-Content und wenn es dann irgendwas Neues gibt, werde ich das auch hier besprechen. Falls es in der Zeit dann gar nichts mehr zu hören gibt und jemand noch ein paar Wünsche hat, zum Beispiel, dass wir uns alte Videos mal anschauen und kommentieren, dann könnt ihr gerne mal was in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal noch so hören möchtet. Ich will euch aber auch noch mal einmal meine Theorie mitgeben, warum es gerade so abläuft, wie es abläuft bei Rainer. Und was ich halt glaube, was sein Gedankengang im Moment ist. Ich glaube halt, er löscht im Moment seine Kanäle oder wird halt gelöscht, weil er ein paar Wochen quasi untertauchen will, als wenn er halt komplett aus dem Internet weg ist. Sodass sich viele vom Game halt verabschieden. Und ich glaube, er ist der Meinung, wenn er zum Beispiel nach einem Monat wieder anfängt, viele aus dem Game schon ausgestiegen sind und dann auch nicht mehr zurückkommen, weil er halt nicht mehr interessant genug ist. Er hofft also quasi, dass dadurch der Hate weniger wird. Ich bin wirklich der Meinung, dass er so denkt und hofft, dass in diesen medarmen Zeiten nun viele die Lust auf ihn verlieren werden und ihn daher in Ruhe lassen. Und sobald er dann merkt, das Interesse an ihm wird etwas weniger, gibt es dann halt irgendwo einen neuen Account auf irgendeinem Kanal und dann kommen auch wieder Sachen von ihm. Das ist meiner Meinung nach halt sein Plan im Moment, wenn man das wirklich so planen nennen kann. Denn ich kann natürlich jetzt schon sagen, das wird nicht aufgehen. Aber ich vermute halt, er stellt sich das im Moment so vor. Vielleicht kann er ja dann doch noch durch ein bisschen Geld noch irgendwie ein, zwei Monate ohne Einkommen überstehen. Soweit ich weiß, kann er das zwar nicht, aber vielleicht hat er ja jemanden angepumpt oder er hat irgendwas verkauft. Er hat ja noch diese VR-Brille, die er nie benutzt hat oder alte Konsolen oder Spiele oder sonst irgendwas. Und versucht sich halt damit etwas Zeit zu kaufen, um bei den Hatern uninteressanter zu werden und das mit die, die Lust verlieren. Allerdings steht ja auch noch eine ganz andere Frage im Raum und das ist die, was kommt bei der Auswertung seines PCs und Telefons heraus? Diese Sache ist ja auch noch offen und wenn da wirklich was gefunden werden sollte, was ausreicht, um die Bewährung bei ihm zu widerrufen, dann kann es für Rainer natürlich auch ganz schnell in den Knast gehen und dann braucht er sich darüber auch keine Gedanken mehr machen, wo das Geld in Zukunft herkommt, denn dann hat er Vollpension hinter schwedischen Gardinen. Also meine Kurzfassung, ich glaube Rainer wird nicht auf Dauer aus dem Internet wegbleiben, aber wenn er es bis Ende September schafft, werde ich auch nicht mehr weiter auf meinem Kanal hier über ihn sprechen. Es sei denn, er kommt nochmal wieder. Es bleibt also recht interessant, meine Freunde und wir schauen mal, wie es weitergeht. Sollte sich auf jeden Fall etwas tun oder es neue Infos geben zu Rainer, werde ich euch natürlich hier auch auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, genießt die freien Tage und meddel auf, meine Freunde!